Wir sind hier in Steffis Malwerkstatt, in meiner Malwerkstatt. Werkstatt deswegen, weil ich vom Handwerk komme und mir Handwerk viel bedeutet und deswegen die Werkstatt. Wir wollen kreativ arbeiten mit ganz viel Handwerkszeug. Ja, weiterhin bieten wir auch für Firmen tolle Activity-Tage an, Gesundheitspräsentation, man kann hier malen und entspannen, man kann einfach ein Gemeinschaftsbild malen. Man kann einfach im Garten sitzen, bei einem Glas Wein, bei einem Glas Wasser, bei Kaffee. Ja, meldet euch ruhig an, sichert euch einen Termin, nehmt Kontakt aus mit mir. Ich berate euch gerne und stelle für euch ein super tolles Wellnessprogramm zusammen.